In der Nacht der Mondfinsternis habe ich mit einem Teleobjektiv Bilder dieses alle 18 Jahre stattfindenden Naturereignisses gemacht und jetzt als Slideshow erstellt. Hier habe ich den Landeplatz von Apollo 11 im Landegebiet im Meer der Ruhe markiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der sogenannte Blutmond stand über eine Stunde über dem Südwesthimmel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich hoffe, dass es allen gefallen hat und wenn dies der Fall war, könnt ihr es ja teilen. Und tschüss!